Hallo zusammen und willkommen zu meiner Videoserie zu Yatakurasu. In dieser Serie werde ich hauptsächlich Online-Matches bestreiten und diese dann natürlich auch kommentieren. Und nach und nach werde ich mir dann eben auch mal die verschiedenen Charaktere vornehmen, um dann dadurch natürlich die verschiedenen Match-Ups auch zu lernen. Genau. Heute werden wir uns allerdings erstmal die Replays meiner gestrigen Kämpfe ansehen. Das dürfte für mich auch erstmal leichter sein, als das dann live direkt kommentieren zu müssen. Und darüber hinaus soll das Ansehen der eigenen Kämpfe ja durchaus lehrreich sein. Okay, von daher gehen wir doch mal hierher. Die Kämpfe werden ja glücklicherweise immer alle gleich schön mit aufgezeichnet. Jetzt schauen wir mal, gestern war der 9. 7. Okay, gehen wir einfach mal rein. Das waren jetzt denke ich alles Ranglisten-Matches. Was? Sechs Stück, während ich da so weit sehe. Gehen wir einfach mal rein. Okay, ich jetzt in dem Fall auf der rechten Seite mit Chardar. Das ist der Charakter, den ich jetzt als erstes im Prinzip erstmal gewählt habe. Im Prinzip ein Grappler-Charakter. Und ja, schauen wir einfach mal rein. Natürlich am Anfang, wenn man die Gegner noch nicht wirklich kennt, erstmal herauszufinden, auf welcher Distanz fühlt man sich dann am ehesten wohl. Natürlich als Grappler schon grundlegend die Idee näher ranzukommen und den Gegner vielleicht auch irgendwie in der Ecke oder sowas zu drängen, was hier schon ganz gut aussieht. Okay, Running Grappler hat funktioniert. Ja, oder auch hier mit diesen Dive-Kicks oder ähnliches. Da muss man natürlich noch herausfinden, wann die Safe sind, wann nicht. Beziehungsweise ob man dann maximal mit einem leichten Schlag oder sowas danach eben counteren kann, dass derartige Sachen müssen einfach herausgefunden werden, sag ich mal. Okay, die erste Runde hätten wir schon mal gewonnen. Mal schauen. Okay. Ja, jetzt sind die hier gleich in der Ecke. Okay. Okay, also... Bin mir nicht sicher, ob da jeder dieser harte Kicks wirklich das sein sollte, was er war. Mit diesem gedruckten, harten Schlag, wo er quasi mit der Schulter so ein bisschen nach oben geht, der ist grundlegend als NTR zu gebrauchen und man kann danach auch juggeln. Das Problem ist, er ist relativ langsam, also so richtig habe ich da das Timing noch nicht raus, wann ich da diesen Schlag ansetzen muss, um dann eben tatsächlich den Gegner auch aus der Luft heraus zu erwischen. Besonders da der Gegner hier ja scheinbar auch noch Walljumps und Divekicks und ähnliches hat, um die Sprungdauer dann natürlich auch zu verändern. Okay, da werde ich schon wieder ganz schön zurückgegangen. Okay, einfach mal einen Super rausgemacht, na gut. Hin und wieder muss man sowas halt mal machen. Nein. Okay, na, das wird so gewesen sein, genau. Okay, genau, also der Gegner hier durchaus ist wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Erfahrung als ich. Also wie schon gesagt, das sind wirklich erst die ersten paar Kämpfe, die wie man hier im Prinzip sieht, die, die jetzt hier aufgelistet sind, das dürfen auch so ungefähr alles sein, die ich bis jetzt quasi da bestritten habe. Von daher, denke ich mal, ist das okay. Okay, schauen wir uns einfach mal das nächste Video noch an. Genau, hier nochmal ein bisschen hin und her gesprungen, um eventuell dann halt das Delay nochmal anzupassen, was ja bei diesem Spiel vor dem Kampf einfach eingestellt werden kann. Was ja grundlegend eine gute Sache ist. Und da werden wir mal sehen, wie wir gegen den hier rankommen. Okay, dann haben wir ihn schon mal in einer Position, wie ich es durchaus mag. Sollte man eventuell seinen Wake-up respektieren? Okay, anscheinend wo solche Art Racker ist hier zu haben. Okay, also einfach zu häufig von diesen Uppercut da getroffen worden. Kann man schon mal so erwähnen. Nun gut. Okay, mit diesem EX-Move halt versucht, etwas ranzukommen. Okay, jetzt haben wir seinen Guard Meter auch schon etwas runtergekommen, aber... Okay. Ja. Ich hoffe, ich von dem Kick schon getroffen worden bin. Unfassbar. Okay, jetzt haben wir ihn super verschwendet. Ah, nicht nah genug an. Okay, einfach mal einen Crouching-Jab. Na gut, kann man ja mal mitbringen. Ja, wie schon gesagt, das ist wirklich alles noch sehr frühzeitig hier. Natürlich auch der Gegner noch in... Oh, okay, sogar schön pariert. Okay, und dieser Super, äh... Wie in meinem ersten Video schon erwähnt, im Prinzip, so ähnlich wie Birdie bei Street Fighter Alpha, springt man im Prinzip zum Gegner hin und greift dann zu, sobald man landet. Kann man eventuell, wie ich das soweit gesehen habe, auch so einsetzen, dass man dann... äh, tatsächlich das so timet, wenn der Gegner springt, dass man gleichzeitig mit ihm landet. Insofern er halt dann in der Luft quasi nicht herausschlägt. Das wäre dann noch zu überprüfen, inwiefern das da dann möglich ist. Okay, also die ersten zwei Kämpfe habe ich jetzt, denke ich, verloren, wenn ich das richtig in Erfahrung gebracht habe. Okay, hier nochmal der... Feind, gegen den wir als erstes gekämpft hatten. Okay, das war so ziemlich max range. Hat wohl auch einen Command Grab, was... Ja, sollte man vielleicht beachten. Und hier eben mit diesem Dive Kick und Doppelsprung. Da muss man halt mal schauen, was man dagegen machen kann. Okay, normaler Warf. Ja, genau, eben wie schon gesagt, mit dieser Schulter hier versuche ich halt, die teilweise als NDR einzusetzen, was mir nicht unbedingt gelingt, wie man sieht. Okay, aber immerhin ist so eine Runde mal mitgewonnen, also ist nicht so, dass man komplett zerstört wird. Das ist schon mal was wert. Ja, das war schon eine ganz ordentliche Kombo hier. Ein paar Overhands. Okay, jetzt einiges an normalen Würfen hier. Okay, okay, da haben wir tatsächlich mal gucken. Also hier hat man jetzt auch gesehen, den Move so eingesetzt, dass man quasi mit den Gegnern zusammen dann mehr oder weniger landet. Könnte vielleicht durchaus eine Taktik sein, muss man natürlich noch weiter erörtern, inwiefern das dann funktioniert. Schauen wir nochmal ins nächste rein. Okay, der Gegner hat schon einige Kämpfe mehr bestritten und auch über 60% Gewinnchancen. Ja, wieder dieser NDR-Kick, den er jetzt sogar gleich nochmal einfach so eingesetzt hat, das ist interessant. Okay, leider nichts aus diesem Guardcrusher raus hergenommen. Das ist eben das, was man mit diesem aufgeladenen Schlag da machen kann. Ja, mal schauen. Das war, denke ich, jetzt EX-R-Command-Pro. Okay, und die Reckars, die ganz schön Schaden machen, muss man sagen. Okay. Und der Overhead, okay. Ja, hier muss man halt, wie schon gesagt, nachher herausfinden, was man nach so einem Jump-In, wenn man den Block machen kann. Ob es wirklich, vielleicht doch am sinnvollsten ist, zu versuchen, einfach danach weiterhin zu blocken. Oh, das hat auch eine Menge Schaden gemacht. Okay, hätte man sicherlich mehr wie einen normalen Wurf machen können. Okay, gut, das konnte er dann natürlich nicht mehr blocken. Gut. Einmal mit Chip-Damage gewonnen, das ist doch auch mal was. Okay, ja. Ob das wirklich Safe und Block war, würde ich jetzt auch bezweifeln, aber da war mir erstmal nichts Besseres eingefallen. Und hier hat, diesmal hat die Schulter immerhin zumindest getroffen, dummerweise aber halt nicht den Gegner wieder in die Luft geworfen. Okay, aber mit dem Super doch schon einige Trefferchen gelandet. Kann ich mich so weiter also nicht beschweren. Das ist auch der Grund, warum ich diesen zweiten Super, sag ich mal, eben geboostet habe. Anstelle des Super 1, der eben dieser normale, ähm, quasi, äh, auf dem Boden ausgeführte Super Command Grab ist. Okay, und hier nochmal einen neuen Gegner. Der schon über tausend von diesen Battle Points hat, also schon eine Menge Kämpfe hinter sich hat. Mal schauen. Okay, in die Ecke, da gefällt er mir ganz gut. Okay, das war ein interessantes Setup, aber wusste ich noch nicht so wirklich, was man dagegen machen soll. Mal schauen. Und ein normaler War für den Sieg. Okay, das hat sich für mich jetzt fast ein bisschen wie bei mit E-Honda angefühlt. Über dem Feuerball drüberspringen und dann danach einen Kick fressen, das ist ja toll. Ja, der hatte durchaus vielleicht schon ein Ticken mehr Erfahrung. Okay, und dann haben wir noch einen neuen Gegner hier. Der wohl auch mit Shada kämpft. Allerdings Super 1, äh, hier nimmt. Okay. Na, werden wir mal sehen. Oh. Kommandikrat. Die Würft. Okay, also ich treppen lassen. Okay. Instant aus der Luft geholt. Na gut. Ja, weil die erste Runde sich erstmal... Oh, da war nehm ich ein guter Weg-up-Pro vor mir. Oh, wenn man den Block macht, das macht aber auch eine Menge. Auf der Guardcrashmeter Na gut, trotzdem die erste Runde irgendwie noch gewonnen Ah gut, von der Lebensenergie sah es recht gut aus Ja gut, das war da natürlich etwas zu offensichtlich Das sah bis jetzt ziemlich schlecht aus die Runde Okay, EX, Run and Grab Okay, also die zweite Runde hat er durchaus dominiert, da kann man nichts sagen Okay, Big Boot gegen Sweep Okay, jetzt benutze ich diesen Move auch mal ein bisschen häufiger Okay, und kurz den Wake Up abgewartet und dann halt einfach mal einen Command Grab probiert Vielleicht keine mega besonders gute Taktik, aber hat in dem Fall halt funktioniert Nun gut Genau, und das waren jetzt auch erstmal meine Videos von gestern soweit gewesen, die Replays eben Und würde ich sagen, beenden wir den Part erstmal an der Stelle Und ja, dann schauen wir mal, inwiefern wir dann in Zukunft vielleicht dann auch live das Ganze kommentieren Was sicherlich nicht unbedingt einfach wird, aber schauen wir mal Also da, bis dann Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann